Dies ist die Geschichte eines Reichs der Superlative. Sie erzählt vom sagenumwobenen Konstantinopel, Hauptstadt des Oströmischen Reiches. 1000 Jahre lang gilt das christliche Byzanz als Inbegriff von Glaube, Macht und unermesslichem Reichtum. Doch am Ende versinkt das stolze Kaiserreich in Intrigen, Krieg und Katastrophen. Wie konnte Byzanz zur Weltmacht am Bosporus werden? Und was führte nach 1000 Jahren zum Fall von Konstantinopel? Heute heißt Konstantinopel Istanbul. Mit seinen 14 Millionen Einwohnern und mehr als 3000 Moscheen gilt es als die heimliche Hauptstadt der Türkei. Es ist unübersehbar, Istanbul ist eine muslimische Stadt. Aber wer weiß schon, dass gerade hier einmal das Schicksal der Christenheit entschieden wurde. Über Jahrhunderte wurde in Konstantinopel erbittert um den einzig wahren Glauben gekämpft. Wie Raubtiere sollen Christen auf Christen losgegangen sein, in tödlichem Hass. Und das alles geschah im sagenumwobenen Byzanz. Für viele bis heute ein Mythos. Aber was sind die Fakten? Wie hat die Kirche diese andauernden Kämpfe und Angriffe bloß überlebt? Das möchte ich herausfinden. Die Geschichte von Byzanz beginnt nicht am Bosporus, sie beginnt am Tiber, in Rom. Er ist ein Jahrhundertelang unangefochtener Nabel der Welt. Doch er will neuen Glanz, Kaiser Konstantin. Er will ein neues Zentrum für das römische Weltreich, zu dem Kleinasien und der Orient gehören. Nur sechs Wochen nach seiner Thronbesteigung reist Konstantin in den Osten seines Reiches. Sein Ziel ist eine griechische Siedlung an der Meeresenge, die Europa und Asien verbindet. Hier, in Byzantion, 1400 Kilometer von Rom entfernt, will Konstantin seine neue Hauptstadt gründen. In einer traditionellen Zeremonie wird eine Furche gepflügt. Für die Stadtmauern, der neuen Residenz des römischen Reiches. Benannt ist sie nach ihrem Gründer. Konstantinopel. Nach nur sechs Jahren Bauzeit steht die neue Hauptstadt. Mit einem Palastviertel, mit Circus Maximus und allem, was zu einer glanzvollen Kaiserstadt gehört. Ein zweites Rom. Was für ein Schritt, was für Folgen. Kaiser Konstantin kehrte Rom den Rücken und setzte alles auf das Tor zum Orient. Hier sollte eine Stadt ganz nach seinen Vorstellungen entstehen. Aber warum wollte Konstantin diesen Neustart? Warum überhaupt eine neue Hauptstadt, ein zweites Rom? Rom gab es doch schon. Noch heute ist die strategisch einmalige Lage der Stadt leicht zu erkennen. Konstantinopel ist von drei Seiten aus vom Meer umgeben. Im Norden das Goldene Horn, im Osten der Bosporus, im Süden das Marmarameer. Es muss also nur eine Seite, die Westseite, vom Land her befestigt werden. Und von Konstantinopel ist man als Kaiser sehr schnell an den gefährlichen Punkten, die im vierten Jahrhundert die Anwesenheit eines Kaisers erfordern konnten. Das konnte Rom nicht leisten. Von der Stadt Konstantins ist im heutigen Istanbul nicht viel erhalten. Nur einige wenige Spuren. Ein Zeugnis dieser untergegangenen Welt ragt dafür unübersehbar 50 Meter hoch in den Himmel. Bevor ein Sturm ihn herunterriss, stand auf dieser Säule hier oben Konstantin. Als vergoldete Bronzestatue. Die Konstantinssäule war der Mittelpunkt seiner neu gegründeten Hauptstadt und seines ganzen Reiches. Aber stand Konstantin hier oben auch als christlicher Kaiser, wie wir ihn aus Geschichtsbüchern und frommen Erzählungen kennen? Überliefert ist, dass Konstantin sich hoch über seiner neuen Residenzstadt als Sol Invictus darstellen ließ. Als Abbild des unbesiegbaren Sonnengottes mit einem Strahlenkranz um sein Haupt. Als heidnischer Sonnengott blickte der Kaiser also von hier oben über seine neue Stadt. Aber heißt es nicht immer, Konstantin sei auch ein Freund und Förderer der Christen gewesen? Auch dafür gibt es Anhaltspunkte. In den Sochel dieser Säule hier soll er kostbarste Reliquien eingelassen haben. Holz und Nägel vom Kreuz Christi, Erde aus seinem Grab und sogar ein Stück von der Arche Noah sollen angeblich bis heute im Innern dieser Säule verborgen sein. Also oben Heide, unten Christ. Wie hielt Konstantin der Große es nun tatsächlich mit der Religion? Die Suche führt zur Fatih-Moschee, an den höchsten Punkt der Stadt. An dieser Stelle stand im vierten Jahrhundert die Apostelkirche. Dort wurde Konstantin einst bestattet. Bis heute rätseln Wissenschaftler, wo sein Sarkophag abgeblieben ist. Vor dem Archäologischen Museum haben drei monumentale Särge aus rotem Porphyr die Zeiten überdauert. Doch wo ist der von Konstantin? Die Spurensuche führt mich zur Hagia Irene, der ältesten Kirche der Stadt. Im Innenhof steht ein weiterer Porphyr-Sarkophag. Wissenschaftler vermuten, dass es genau dieser Sarkophag sein könnte, in dem Konstantin einst bestattet wurde. Es ist das Symbol, das sie so sicher macht. Ein griechisches Chi und ein Ro für Christos. Das Christus-Symbol soll Konstantin am Himmel erschienen sein. So wenigstens erzählt es die Legende. Konstantin war eine zutiefst religiöse Natur. Das wissen wir durch seinen Sonnenkult zuvor. Das wissen wir durch die Visionen, die er vorher hatte. Er war ein Sucher. Er suchte die wahre Religion. Und dann hat Konstantin das große Experiment 312 gemacht und hat ihm gesagt, male das Christogramm auf die Schilde deiner Soldaten, dann gewinnst du. Er hat gewonnen und damit war bewiesen, dass Christus der Stärkere war. Und dann hat er gesagt, also ist das Christentum mein Fall. Konstantin gilt heute als Held des Christentums. Auch wenn er sich in Wahrheit wohl erst auf dem Sterbebett zum neuen Glauben bekannte. In der Frühzeit des Christentums war das keine Seltenheit. Indem man das Sündenbekenntnis und die Taufe bis zum letztmöglichen Moment hinaus zögerte, vermieden die Gläubigen es, vor dem Tod noch einmal zu sündigen. Für pragmatische Lösungen war Kaiser Konstantin immer zu haben. Dass Kaiser Konstantin sich für das Christentum einsetzte und das Christentum massiv privilegierte, war ein Zeichen politischer Klugheit. Es waren schon relativ viele Menschen im Reich auch in vornehmen Schichten zu Christenmenschen geworden. Und so konnte er eine Religion privilegieren, die die Einheit des Reiches förderte. Doch schon bald sind die Einheit der Kirche und des Reiches bedroht. Konstantin hatte den Anfang gemacht und das Christentum öffentlich gefördert. Seine Nachfolger wollten es nun, Ende des vierten Jahrhunderts, zur alleinigen Staatsreligion erheben. Aber gab es das überhaupt, das eine Christentum? Was gehörte zum Christsein dazu? Was war verboten? Darüber wurde erbittert gestritten. Schon seit einem halben Jahrhundert herrscht Streit in der Kirche und droht sie zu spalten. Gibt es nur einen Gott oder gleich drei Götter? Gott Vater, Gott Sohn und den Heiligen Geist? War Jesus Sohn Gottes oder nur ein Mensch? Ein Konzil unter persönlicher Leitung des Kaisers soll die Streitfragen klären, die Einheit der Kirche wiederherstellen. Wir haben einen ständigen religiösen Bürgerkrieg, weil jede monotheistische Variante des Christentums behauptete, sie sei die Alleingültige. Besonders einflussreich sind die Lehren des ägyptischen Bischofs Arius. Ein Mosaik der Taufe Jesu zeigt das Glaubensbekenntnis seiner Anhänger. Für die Arianer gilt, es gibt nur einen Gott, den Schöpfer aller Menschen, ihren Gottvater. Jesus, der Gekreuzigte, sei nur ein Mensch gewesen, wenn auch von Gott zu den Menschen geschickt. Schon einmal war Bischof Arius für seine Lehren verurteilt worden, aber seine Ideen hatten sich weiter verbreitet, fanden immer wieder Anhänger. Im Jahr 381 wird der Streit endgültig entschieden und Arius endgültig verurteilt. Arius hat sich also nicht durchgesetzt. Das Konzil legte fest, Arius ist ein Ketzer und bleibt ein Ketzer. Punkt um. Entschieden wurde diese Grundfrage des Glaubens aber nicht in Rom, wo damals schon der Papst seinen Sitz hatte, sondern hier, in der heutigen Türkei. Und damit es für alle Zeiten, für alle Gläubigen verbindlich ist, wurde hier auch gleich das Glaubensbekenntnis festgeschrieben. Darin bekennen sich Christen bis heute nicht nur zu Gott als Vater und Schöpfer der Welt, sondern auch zu Jesus Christus als seinem Sohn. Der Kaiser im byzantinisch-römischen Reich ist uneingeschränkter Herrscher über Staat und Kirche. 527 tritt ein Jahrhundertherrscher an die Spitze. Doch Kaiser Justinian ist Sohn eines thrakischen Bauern. Vielen gilt er daher als Emporkömmling auf dem Kaiserthron. Und pikante Gerüchte machen die Runde. Seine Kaiserin habe Justinian aus dem Bordell geholt. Theodoras Wolllust sei legendär, munkelt man in der Hauptstadt. Tatsächlich stammt die künftige Kaiserin wie Justinian aus einfachsten Verhältnissen. Ein Skandal im frommen Konstantinopel. Die alten Eliten blickten mit Verachtung auf dieses Kaiserpaar. Zumal Justinian seinerseits Aufsteiger aus niedrigsten Verhältnissen massiv gefördert hat und in wichtige Positionen in der Reichsverwaltung gebracht hat. Dass er selbst sehr harsch gegen Senatoren und Landbesitzer vorgegangen ist, gegen die traditionellen Eliten. Und dadurch hat sich eine Menge an Unwillen gegen den Kaiser gerade in diesen alten Eliten aufgestaut. Zentrum des öffentlichen Lebens in Konstantinopel ist das gewaltige Hippodrom. Hier jubeln Tausende den Wagenlenkern zu. Doch im Hippodrom kann sich auch das Schicksal des Kaisers entscheiden. Die Anhänger der Rennstelle gehören zu einflussreichen politischen Gruppierungen. Und Kaiser Justinian ist unpopulär im Volk, vor allem wegen seiner hohen Steuern. Im Jahr 532 kommt es, ausgehend vom Hippodrom, zum Aufstand gegen den Kaiser. Die Hauptstadt des Reiches brennt. Justinian steht vor der Herausforderung seines Lebens. Als die Aufständischen einen neuen Kaiser ausrufen, ist er seines Lebens nicht mehr sicher. Ein Schiff soll das Herrscherpaar nach Thrakien in Sicherheit bringen. Er will fliehen, aber flieht ein Kaiser vor seinem Volk. Sie wolle lieber kämpfen, verkündet Theodora, lieber in Purpur sterben, als feige zu flüchten. Der Kaiser folgt dem Rat seiner Frau. In einer einzigen Nacht lässt Justinian 35.000 Aufständische im Hippodrom töten. Ein Massaker. In diesem Sieg sah Justinian den Beweis seiner göttlichen Sendung. Auch wenn es Theodora war, die ihm den Thron gerettet hatte. Jetzt wollte der Kaiser seine Macht krönen. Und er begann, nur 45 Tage nach dem Gemetzel, einen Bau, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte. Die Hagia Sophia. Die Kirche der Heiligen Weisheit. Seit dem 6. Jahrhundert überragt die Hagia Sophia Konstantinopel. Das gigantische Gebäude wird nach nur fünfeinhalb Jahren Bauzeit fertiggestellt. Bis zum Bau des Petersdoms, rund 1000 Jahre später, ist es das größte christliche Gotteshaus der Welt. Ruhm und Ehre dem Allerhöchsten, der mich für würdig hielt, ein solches Werk zu vollenden, soll Kaiser Justinian am Tag der Einweihung ausgerufen haben. Fast ein Jahrtausend lang versammeln sich hier die Bürger Konstantinopels zum christlichen Gottesdienst. Mit dem Bau der wundervollen Hagia Sophia hat Justinian die brutalen Seiten seiner Herrschaft vergessen gemacht. So ist Geschichte. Fortan war die Hagia Sophia das Symbol für den Anspruch der byzantinischen Kaiser, Hüter des wahren Christentums zu sein. Doch während in Konstantinopel noch gefeiert wurde, formierte sich weiter im Süden schon eine neue Kraft, die das Reich bald in größte Schwierigkeiten bringen sollte, der Islam. Im frühen 7. Jahrhundert beginnt der rasante Aufstieg der Anhänger des Propheten Mohammeds. Sie wollen die islamische Herrschaft auf die ganze bekannte Welt ausdehnen. Beängstigend schnell für die Christen dringen die Muslime dabei auch in byzantinisch-römisch kontrollierte Gebiete vor. Syrien, Palästina, Ägypten, Nordafrika. In wenigen Jahrzehnten erobern Muslime zwei Drittel des byzantinischen Reiches. Der Islam ist ja auf der südarabischen Halbinsel entstanden und hat sehr schnell eine ungeheure Ausbreitungsdynamik entwickelt. Und wenn Sie von der südarabischen Halbinsel Richtung Norden gehen, stoßen Sie immer auf Byzanz. Sie stoßen auf das byzantinische Reich und damit war das byzantinische Reich der natürliche Gegner. Und da die Grenzregionen des römisch-byzantinischen Reiches immer notorisch instabil waren, hatte es der Islam auch relativ einfach, diese Grenzen zu überrennen. Im 7. Jahrhundert beginnt auch der Sturmlauf auf Konstantinopel. Fortan belagern immer wieder arabische Heere die Mauern der Stadt. Die Computeranimation zeigt, wie die Befestigungsanlage einst die ganze Metropole schützte. Über einem breiten Wassergraben erhoben sich nicht weniger als drei hintereinander gestaffelte Welle. Ein massiver Mauerring, der auf 20 Kilometer die Stadt umschloss. Ein Bollwerk, das Konstantinopel vor allen Angreifern schützen sollte. Für Fachleute das beste und stärkste Stadtverteidigungssystem seiner Zeit. Heute ist es etwas in Vergessenheit geraten, aber Konstantinopel war auch lange der Schutzschild Europas. Nur weil diese Mauern hier hielten und Byzanz über Jahrhunderte hinweg den Übergang von Asien nach Europa kontrollierte, konnten sich die jungen Staaten und Völker Europas zum christlichen Abendland entwickeln. Ohne das Bollwerk Byzanz wäre die Geschichte Europas sicher ganz anders verlaufen. Die Byzantiner verdanken ihr Überleben auch dem sogenannten griechischen Feuer. Eine Geheimwaffe. Sogar unter Wasser brannte das tödliche Feuer weiter. Auch die Wasserversorgung der Hauptstadt ist im Kriegsfall überlebenswichtig. Über 100 Zisternen erstrecken sich unter Konstantinopel. Eine geheimnisvolle Unterwelt. Heute bekannt als der Versunkene Palast. 80.000 Kubikmeter Trinkwasser passen hier hinein. Bis zur Decke konnte dieser versunkene Palast mit Wasser gefüllt werden. Wobei der Name trügt, von wegen Palast. Der riesige Bau war eine Maßnahme des Katastrophenschutzes. Eine Notreserve für monatelange Belagerungen in Kriegszeiten. Über 300 Säulen stützen das unterirdische Gewölbe. Viele aus alten Tempeln. Sie wurden auf Steinsockel gestellt, damit sie überhaupt bis zur Decke reichten. Der Spott der Baubrigade ist nicht zu übersehen. Diese arme Göttin hier haben sie auf den Kopf gestellt. Kann man auch symbolisch sehen. Die alten Götter und Götzen waren passé. Nichts war mehr heilig, nur das große gemeinsame Ziel. Das neue Rom am Bosporus sollte das Zentrum der christlichen Welt sein. Über Jahrhunderte erweist sich die legendäre Befestigung als wichtigste Lebensversicherung der byzantinischen Hauptstadt. Aber konnte man gegen die Sturmläufe der Muslime nur mit Feuer, Waffen und Mauern bestehen? Chronisten berichten, auch die Bilder ihrer Heiligen machten die Christen von Konstantinopel zu ihren Waffen. Als die Belagerer sich, wie durch ein Wunder, tatsächlich zurückzogen, waren die Byzantiner überzeugt, Gott habe ihre Gebete erhört. Und sie fühlten sich mehr denn je von höchster Stelle berufen, den alten, wahren christlichen Glauben zu verteidigen. Es wurde zu einer Politik des Byzantinischen Reiches immer mehr der einzige Hüter des wahren Glaubens, der sogenannten Orthodoxie zu sein. Also was in Rom gedacht und überlegt wird, ist nicht der wahre Glaube, sondern was in Konstantinopel von der alten Kirche des ersten Jahrhunderts an tradiert wird. Das ist der wahre Glaube. Bis heute haben sich in orthodoxen Kirchen viele Traditionen des griechisch-byzantinischen Christentums bewahrt. Jede orthodoxe Kirche hat eine Wand mit Ikonen. Die Bilder gelten den Gläubigen als Fenster zur Heiligkeit. Sie werden im Gottesdienst und in Prozessionen nach orthodoxem Ritus herumgetragen. Denn die Bilder der Heiligen gelten als Vermittler zwischen himmlischer und irdischer Welt. Wer sie berührt, tritt in direkten Kontakt mit den Heiligen, so der Glaube der orthodoxen Christen. Aber die Bilderverehrung war nicht unumstritten. Darf man von Jesus ein Bildnis machen? An dieser Frage entzündete sich im 8. Jahrhundert der sogenannte Bilderstreit. Die Byzantiner liebten ihre Ikonen ja über alles. Aber hieß es nicht schon in den Zehn Geboten, du sollst dir von Gott kein Bildnis machen? Ist das eine Strafe gegen die Missachtung des zweiten Gebotes? Im Jahr 726 erschüttert ein gewaltiger Vulkanausbruch das Byzantinische Reich. Tagelang verdunkelt Asche den Himmel über dem goldenen Horn. Zürnt Gott mit den Christen aus Byzants? Hat er sich vielleicht den Muslimen zugewandt, die mit ihrem strikten Bilderverbot seine Gunst gewinnen konnten? In Konstantinopel setzt Kaiser Leo nun mit aller Macht das zweite Gebot durch. Du sollst dir kein Bildnis machen. Er ordnet die Vernichtung aller heiligen Bilder an. Dieser Erlass gilt als Beginn des Bilderstreits. Diese bilderfeindliche Richtung hat sich in Byzantinien immer wieder gehalten. Und dann, wenn große Misserfolge im militärischen Bereich zu verzeichnen waren, hat man sich gefragt, hängt das vielleicht damit zusammen, dass wir die Göttlichkeit auf verkehrte Weise verehren. Und da waren die Bilder natürlich immer ein möglicher Grund. Und dann haben die Strenggläubigen gesagt, also die Bilder dürfen wir nicht. Über ein Jahrhundert lang wüten die Bilderfeinde. Nur wenige der kostbaren Mosaiken in den Kirchen entgehen ihrem Furor. So wie heute noch in der Hagia Irene soll es überall aussehen. Karg und schlicht, mit nichts als einem Kreuz in der Absis. Immer wieder flammt der Bilderstreit aufs Neue auf. Und viele Mönche, die ihre geliebten heiligen Bilder verteidigen, werden verfolgt und hingerichtet. Etwas versteckt, ganz in der Nähe der Stadtmauer, liegt die Korakirche. Über Jahrhunderte hat man sie als Moschee genutzt. Doch als in den 1950er Jahren der Putz abgetragen wurde, war das Staunen grenzenlos. Zum Vorschein kamen die prächtigsten Kirchenbilder, die man in Istanbul finden kann. Kostbare Mosaiken wurden wieder freigelegt. Im Mittelpunkt der Kuppel Jesus Christus als Weltenherrscher. Fresken mit einzigartigen Darstellungen biblischer Motive. Wie hier wurden viele Kirchen in Byzanz nach dem Bilderstreit neu ausgeschmückt. Doch was hatte nach 120 Jahren eigentlich zum Ende des Streites geführt? Der Bilderstreit endet, weil es gelingt, einen theologischen Kompromiss zu formulieren. Bilder dürfen nicht angebetet werden, denn dann wäre es Götzendienst. Sie dürfen aber verehrt werden. Ich darf Ihnen eine Kusshand zuwerfen und ich darf vor Ihnen niederknien. Und ich soll Sie auch verehren. Auch wenn die Byzantiner sich weiterhin als Römer sahen, vieles war anders im neuen Rom am Bosporus. Als Konstantin seine neue Hauptstadt gegründet hatte, holte er die Regierung, Beamte, Gerichte und Wissenschaftler aus Rom an den Bosporus. Alles, was ein Imperium ausmacht. Auch das kaiserliche Purpurgewand und die goldene Krone kamen nach Byzanz. Die Botschaft war klar. Der Westen, wo inzwischen die Vandalen hausten, brauchte keinen Kaiser mehr. Die Zukunft des Römischen Reiches lag hier, in Konstantinopel. Und im restlichen Europa blickte man mit Staunen und Bewunderung auf die neue prunkvolle Metropole im Osten. Und mit Neid. Im Zentrum der Bewunderung und des Neides, der große Palast. Die Machtzentrale der byzantinischen Kaiser. Wer als Gesandter nach Konstantinopel kam, sollte nachhaltig beeindruckt werden. Überliefert ist, dank einer verborgenen Hydraulik konnte der Kaiser auf seinem Thron gen Himmel schweben. Das hatte weniger etwas damit zu tun, dass einzelne Kaiser sich in besonderer Weise hervorheben wollten oder selbst inszenieren wollten. Sondern hier wurde die Größe des Römischen Reiches inszeniert. Es sollte allen Besuchern deutlich werden, dass sich in Konstantinopel der Mittelpunkt der Welt befand. Und dass von diesem Ort aus die gesamte bewohnte Welt eben auch beherrscht wurde. Und das wird anerkannt. Das oströmische Kaisertum setzt die Trends in Europa. Gerade in Fragen des höfischen Zeremoniels. Viele Herrscher wollen ihrem Königtum kaiserlichen Glanz verleihen. Und kopieren das große byzantinische Vorbild und seine Insignien. Bauleute, Architekten, Mosaikkünstler aus Byzanz sind für ihre einzigartigen Fähigkeiten in der ganzen Welt berühmt. Überall, wie hier in Palermo, sind heute noch die Spuren ihrer kostbaren Arbeiten zu finden. Auch die Basilika San Marco in Venedig bezeugt mit ihren Kuppeln und Mosaiken die große Bewunderung für den byzantinischen Stil. Selbst der Felsendom in Jerusalem, heiliger Ort der Muslime, ist zu großen Teilen das Werk byzantinischer Baumeister und Dekorateure. Nicht nur Kunst, Kultur und Wissenschaft verdankt Europa byzants. Im Kaiserlichen Palast soll es ein Zimmer gegeben haben, das von oben bis unten mit kostbarem roten Porphyrstein ausgekleidet war. Wer in dieser sogenannten Purpurkammer zur Welt kam, galt offiziell als kaiserliches Kind. Und die im Purpur geborenen Prinzen und Prinzessinnen waren heiß begehrt im In- und Ausland. Eine der bekanntesten Bräute aus Byzants ist Theophanu. Theophanu ist zwar keine im Purpur geborene kaiserliche Prinzessin, wird aber als solche ausgegeben. Ein Fake, sozusagen. Kaiser Otto aus Sachsen findet dennoch Gefallen an seiner zukünftigen Schwiegertochter aus Konstantinopel. Sie ist bestens auf ihre neue Aufgabe in Deutschland vorbereitet worden. Und anders als Otto kann sie schreiben und lesen. Die Heiratsurkunde aus ottonischer Werkstatt. Geschrieben mit goldener Tinte auf eine lange Pergamentrolle. Ein hübscher Versuch, Gleichrangigkeit mit dem Kaiserhof von Konstantinopel zu demonstrieren. Der byzantinische Hof und das byzantinische Hofleben ist natürlich der, das große Vorbild für alle Höfe im Westen gewesen. Nicht nur zum sächsischen Kaiserhof, sondern auch zu den englischen Höfen und bis nach Skandinavien. Aus der gebildeten Byzantinerin wird Kaiserin Theophanu. Eine der großen Frauen der deutschen Geschichte. Byzantinische Bräute waren also etwas Besonderes, auch wenn sie wie Theophanu nicht im Purpur geboren waren. Der erste, dem es gelang, eine waschechte Prinzessin aus der Purpurkammer zu heiraten, war Vlasimir. Er herrschte über das Volk der Rus, die Vorfahren der heutigen Russen. Im Gegenzug kamen hochgewachsene Wikinger aus Kiew als Leibgarde des Kaisers nach Konstantinopel. Erst vor kurzem hat man diese antiken Graffiti hier entdeckt. Wikingerrunen, eingekratzt in den Marmor. Übersetzt heißt das wohl so etwas wie, Halfdan war hier. Lange waren die Wikinger die Geißel des mittelalterlichen Europas. Brandschatzend und mordend hinterließen sie eine Spur der Verwüstung. Nichts, so schien es, war ihnen heilig. Bis Missionare im kaiserlichen Auftrag das Kreuz brachten. Auch die slawischen Gebiete sollten nun christlich werden. Um die Slavenmission kam es zu einer heftigen Konkurrenz zwischen Rom und Byzanz. Es gab Orte, die Rom für traditionell westlich hielt, an die aber neben römischen Missionaren auch byzantinische Missionare kamen und offensichtlich die Fürsten mehr überzeugt haben. Sie haben offenbar das bessere Angebot gemacht. Sie waren politisch eindrücklicher. Vielleicht konnten sie auch die besseren Heilungswunder bewirken. Jedenfalls ging die Konkurrenz eher zugunsten von Byzanz aus. Unter dem Großfürst Wladimir bekennt sich das Volk der Russ zum orthodoxen Christentum. Nach Vorbild der Hagia Sophia wird in Kiew die Sophienkathedrale errichtet. Bis heute ist das griechisch-byzantinische Christentum im russischen und slawischen Raum die vorherrschende Religion. Ob es dem Papst in Rom nun gefiel oder nicht, Byzanz war zur christlichen Großmacht aufgestiegen. De facto gab es jetzt aber zwei christliche Kirchen. Die römische im Westen und die orthodoxe Kirche im Osten. Hier in der Hagia Sophia sollen sich ihre Wege getrennt haben. Aber was war denn vorgefallen, dass es so weit kommen musste? Berichtet wird von einem Eklat. Eine päpstliche Abordnung erscheint in der Hagia Sophia mit einem Bannbrief aus Rom. Streitpunkte in liturgischen und rituellen Fragen hatte es schon häufiger gegeben. Doch jetzt soll der Patriarch von Konstantinopel im Namen des Papstes exkommuniziert werden. Aber kann der Papst das überhaupt? Den Patriarchen aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausschließen? Die Frage, ob die Kirche von Rom oder von Konstantinopel ausregiert wurde, war natürlich strittig. Denn Konstantinopel war der Kaisersitz und Rom hatte die ältere Tradition. Und dann hat man natürlich die verschiedenen kleineren liturgischen und kirchenrechtlichen Zwistigkeiten zum Anlass genommen, zu zeigen, wer der Stärkere ist. Und das hat eben 1054 dazu geführt, dass der Papst im damaligen Patriarchen erklärt hat, ich will keine Kommunion mehr mit dir, wenn du nicht katholisch wirst. Und diese Sache hat sich ja durchgezogen bis ins 16. Jahrhundert, die Versuche des Westens, den Osten zu katholisieren und die Widerstände der Orthodoxie gegen den Einfluss aus dem Westen. Also griechisch im Osten, lateinisch im Westen, das waren geborene Feinde. Wenig später schließt der Patriarch seinerseits den Papst aus der Kirche aus. Später spricht man vom großen Schisma, als die Christenheit 1054 in zwei rivalisierende Lager zerfällt. Auch wenn heute Zweifel angebracht sind, ob das Jahr 1054 wirklich die Bedeutung hatte, die ihm all die Jahrhunderte beigemessen wurde, Fakt ist, Osten und Westen waren sich zunehmend fremd geworden. Für die Byzantiner waren die Römer ungebildet und barbarisch. Die Römer wiederum hielten die Byzantiner für hochnäsig und spitzfindig. Gab es wirklich keinen Weg, die beiden Parteien miteinander zu versöhnen? Immerhin hatten sie doch einen gemeinsamen Feind, der nicht nur Byzanz bedrohte. Wegen der immer stärker werdenden Bedrohung durch die Muslime sendet Kaiser Alexios ein Hilfegesuch an Papst Urban. Der antwortet mit einer großen Mobilisierungskampagne für einen Kreuzzug zur Befreiung Jerusalems aus den Händen der Ungläubigen. Statt Söldner, die sich Kaiser Alexios als Kämpfer gegen die Muslime erhofft hatte, kommen Kreuzfahrer auf ihrem Weg nach Palästina an den Bosporus. Kreuzfahrer in Konstantinopel. Das sollte sich noch als fatal erweisen. Das Bild von Byzant ist im Westen immer ambivalent gewesen. Einerseits hat man mit Bewunderung auf die technischen Raffinessen, auf den Reichtum Konstantinopels geblickt. Andererseits war immer auch ein bisschen Neid dabei. Und diese Neidgefühle sind auch durch wirtschaftliche Interessen immer weiter befördert worden. Doch erst einmal galt es nun Jerusalem, die heilige Stadt der Christen, aus den Händen der Muslime zurückzuerobern. Unter der gemeinsamen Bedrohung waren sich Christen in Ost und West wieder näher gekommen. Doch gut 100 Jahre und zwei Kreuzzüge später wiederholt sich die Geschichte. 1204 lagert vor den Toren Konstantinopels wieder ein riesiges Kreuzfahrer her. Doch diesmal waren sie nicht gekommen, um Jerusalem zu befreien. Diesmal wollten sie Konstantinopel erobern. Dieser Angriff auf Konstantinopel ist das Werk des bald 90-jährigen Dogen von Venedig. Enrico Dandolo. Schon Zeitgenossen galt er als gehässigster Feind der Byzantiner. Unter seiner Führung gelingt es, die Teilnehmer des vierten Kreuzzuges zum Sturm auf die ahnungslose Stadt zu bewegen. 1204 greift das Kreuzfahrerheer Konstantinopel an. Lange Zeit halten die Mauern stand, doch durch einen Verrat öffnen sich die Tore. Mordend und brandschatzend ziehen die christlichen Kreuzfahrer aus dem Westen durch die christliche Stadt im Osten, plündern Häuser, Kirchen und Paläste. Wenn man auf die schrecklichen Umstände der Plünderung Konstantinopels durch lateinische Truppen im Jahre 1204 schaut, fragt man sich natürlich, wie konnte es dazu kommen. Es gab einen Vertrag mit einem, der byzantinischer Kaiser werden wollte und viel Geld den Lateinern zugesichert hatte. Geld, das er nicht hatte und ihnen nicht zahlen konnte. So fühlte man sich zur Plünderung berechtigt und wie das in der Antike und im Mittelalter mit Gewalt ist, man hat etwas mehr geplündert, als einem eigentlich zugestanden hätte. So finden sich bis heute in der Schatzkammer von San Marco viele kostbare Trophäen aus dem Raubzug von 1204. Beutekunst, dem Herzen Konstantinopels entrissen. Und die Kreuzritter plündern nicht nur die Stadt, sie übernehmen sie. Graf Balduin von Flandern wird Kaiser in Konstantinopel und wird anstelle des Byzantinischen ein lateinisches Kaisertum ausrufen. In der Hagia Sophia wurde jetzt lateinisch gepredigt und die Messe nach römischem Ritus gefeiert. Aus Rom waren Dominikaner, Franziskaner und Zisterzienser ausgesandt worden, um die byzantinischen Kirchen und Klöster zu übernehmen. Alle sollten von der griechischen Orthodoxie zum römischen Christentum bekehrt werden. 60 Jahre lang war Byzanz ein besetztes Land. Konstantinopel kann sich zwar 1261 von der Fremdherrschaft befreien, doch ein Weltreich ist es nur noch dem Namen nach. Byzanz schrumpft zu einem Stadtstaat und sieht sich von Feinden umzingelt. Sechsmal hatten arabische Heere in der Vergangenheit vergeblich versucht, Konstantinopel zu erobern. Jetzt kommt ein türkisches Heer. Mehmed II., der Sultan des Osmanischen Reiches, hat eine gewaltige Armee aufgeboten. 60.000 Soldaten und 140.000 Mann Hilfstruppen, während in Konstantinopel gerade mal 8.000 die Stadt verteidigen sollen. Die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches hatte Invasionen standgehalten, die anderswo ganze Staaten hinwegfegten. Konstantinopel wehrte die Goten und die Hunnen ab, die Perser, die Slaven, die Araber und viele andere mehr. Doch angesichts der Osmanischen Übermacht schien die Lage diesmal aussichtslos zu sein. Der Trumpf des Sultans. Eine acht Meter lange Kanone aus schwerem Bronzeguss. Die Kaiserliche genannt. Sie gilt als die größte Kanone ihrer Zeit. Mit ihr können die Belagerer 600 Kilo schwere Mauerbrecher abschießen. Am 12. April 1453 eröffnen die Türken das Feuer. Sechs Wochen später ist die Stadt gestürmt und erobert. Viele Menschen haben in der Hagia Sophia Zuflucht vor den muslimischen Soldaten gesucht. Sie hoffen, in dem Gotteshaus geschützt zu sein. Auch die Osmanen haben verlustreiche Kämpfe hinter sich. Wer nicht kapituliert, dem droht Vergeltung, so war es Kriegsrecht. Konstantinopel hatte nicht kapituliert. Was nun geschieht, haben christliche Chronisten festgehalten. Noch nie ist etwas Schrecklicheres geschehen als dies. Und es wird auch niemals etwas Schrecklicheres geschehen. Sie machen jeden, der ihnen über den Weg läuft, mit dem Krummsäbel nieder. Frauen und Männer, Alte und Junge, gleichermaßen. Doch dann gebietet Sultan Mehmed seinen Kriegern Einhalt. Er will nicht, dass Konstantinopel entvölkert und zerstört wird. Byzanz soll untergehen, aber Konstantinopel die neue Hauptstadt des Osmanischen Reiches werden. Davon sollte auch der Westen profitieren. Man kann sagen, dass Byzanz sogar in seinem Untergang noch große Wirkungen in den lateinischen Westen hinein entfaltet hat. Denn nach dem Fall der Stadt sind zahlreiche byzantinische Gelehrte vor den Osmanen geflohen. In den lateinischen Westen, viele von ihnen nach Italien. Sie haben ihr gesammeltes Wissen mitgebracht, meistens in Form von Texten, an denen sie gearbeitet haben oder die sich in ihren Bibliotheken befanden. Und sind damit im Grunde zu Wegbereitern der Renaissance in Europa geworden. Um für alle Welt sichtbar zu machen, dass Konstantinopel nun eine muslimische Stadt ist, wird die Hagia Sophia, das Wahrzeichen des Christentums, zur Moschee. In Schriften preisen jetzt Allah und seinen Propheten Mohammed statt Jesus und die Mutter Gottes. Das war nach 1000 Jahren das Ende von Byzanz, des christlichen Bollwerks am Bosporus. Das ist ja das Phänomenale am Byzantinischen Reich, dass es sich trotz einer präponderierten politischen und geopolitischen Stelle, die in dieser Form Konstantin der Große gar nicht ahnen konnte, was alles passiert, dass in dieser Form der Staat sich 1000 Jahre gehalten hat und ein tausendjähriges Schutzschild gewesen ist. Wenn man fragt, was heute vom Byzantinischen Reich geblieben ist und nicht die Hagia Sophia in Konstantinopel nennen möchte, dann sichert die große Ausbreitung des griechischen, byzantinischen Christentums in den russischen, in den slawischen Raum. Sie alle sind Erben von Byzanz, einem Reich, dessen unbekannte Seiten die Menschen bis heute in ihren Bann ziehen. Was also bleibt vom Mythos Byzanz? Byzanz war nicht nur Schutzwall gegen die Muslime auf ihrem Weg nach Westen. In Byzanz wurde das gesamte antike Wissen vor dem Vergessen bewahrt. Und das Christentum wurde hier entscheidend vorangebracht. Byzanz gehört in eine Reihe mit antiken Großmächten wie Rom oder Griechenland. Denn auch ohne das christliche Byzanz wäre unser Europa heute so nicht denkbar. von der Stadt und der Stadt und der Stadt.